Oh, was ist passiert? Was soll ich machen, wenn dieser scheiß Hausmeister in mich reinzoomt? Was ist das, was er führt? WTF? 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 Hi YouTube, herzlich willkommen zu meiner Fortsetzung von GTA 5 Story. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Watchen. I need cash. Wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, wie... Wie kann ich Waffen changen? Auf irgendjemand anzurufen. I can't. I can't. Ich brauch das Geld. Ich brauch das Geld, verpissen sie sich. Ich hab nur fucking Granate. Oh! Verrückt. Junge! Oh Gott! Meule. Nein, Gott, bitte, nein! 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 Ich vergesse jedes Mal. Rechts, links, klick zu klicken. Oh Gott, bitte, bitte. What's going on? Ey, aber kann ich das noch kriegen? I guess not. WTF? Waren da gerade schwebende Menschen? Wieso krieg ich das Auto? Warum krieg ich nicht das Auto? back then. Jack, wer меня делает? Das ist toll, weil es ein cool Autovorkirim ist! Bitch, WTF? Jetzt mal an! Wo ist das Geld? Ey, ich hab das echt gebraucht! Fuck off, was ist es hier? Was ist da doch hier? The fuck? I need to get rich, I have no money. Shit is making me poor. What's going on? Oh, just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet. So you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. What about you? Oh, man. What's the shit? What's the shit? What's the shit? What's the shit? Yeah, they're up here. Listen. The shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me and I will get Mr. Leisure wear off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you Dave. I've heard it all before. Not like this you haven't. Has he briefed you? Oh, why yes he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. And if you don't? We're all gonna fry. Because the agency's on to us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. They're questioning my methods. They think I'm a liar. They're looking insane. Some kind of a killer in a thief. So? So. There's some evidence. And I need you guys to... What the fuck? Alright, so what? Unless you're here to hack into the system, wipe it all clean. So, you know, that will not work. The only way to access others through your buildings. Fuck me. Ich war so am Essen. Ich höre nur so'n Klatschen. Oh mein Gott. Make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey. It's the last thing we do. And we're done. Period. Ja, ich merk schon, ihr habt Spaß, gell? Ihr habt Spaß, jaja. Und ich bin hier broke ass bitch. Haha. Opfer. Das ist doch eigentlich die perfekte Zeit, dass ich Geld mache. Oder? Ich meine, ihr könnt nichts machen. Haha. Ihr Luschen. Jetzt bin ich Gott. Jetzt bin ich fucking Jesus. Warum Geld machen, wenn du's eh verlierst? Was für... Ich verliere es nicht nochmal. Okay. Is there a particular guy? I'm in the Temp Company's database right now. I found a guy about... I found a guy about... ... 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 and we'll follow him to see what we think. Sounds good. ... o. ... ... .... ... ... I'm bin chillin'. Huh? Oder du machst diese stupide jobs bis sie nicht mehr zu töten. Weil jemand anderes es für sie hat. Ja, das klingt genau richtig. Ich muss mich unternehmen. Karen? Ja, der ist fast. Der ist vielversprechend. Der ist fast. Der ist vielversprechend. I'm broke. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Pulido score. We need something. Yeah, see what you can do. There she is. Geht doch. Los, los, los! Stay behind him, but don't let him see you. Oh, okay, ja, das ist schwer. Oh mein Gott, das muss ich letztlich wie eine Oma fahren. Das ist aber auch nur so ein Farce-Kar, man. Oh, man. Ich habe ein bad feeling über diesen Balken. Ich habe ein bad feeling. Dafür. Oh, man. Yeah, das ist aber super. Das Problem. Okay, die ich so leicht... Das Problem. Oh, das ist nicht. Das Problem. Das Problem. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. Oh, let's go. Vehicle rain, oh nein. Oh, das war knapp, Bruder. Ey, bin ich safe? Man, ich hab voll Angst gerade. Oh Gott. Oh mein Gott. Please. Ey, zum Glück geht es nicht so lang, man. Thank God. Fuck, wo ist das Auto? Da folgt einfach ein Taxi, man. Was ist los mit mir? Nein, ich hab den doch noch gesehen auf der fucking Map. Fuck off. Fuck you, Lester, du ungeduldige. Jesus. Jesus in Chat. Das warst du. Schön, dass ihr die Story in die Länge zieht. Immer wieder. Immer wieder gerne. Ich will ja, dass ihr Spaß habt. What's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. Fuckin' creeper, Jesus, man. That's some creepy euphemism or a plain statement of facts. Was ist jetzt los? Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. Yeah, you're worse than my son. You wanna break it out? You're gonna need more than the janitor's license plate number. Let me work on some angles. So you keep this car behind that one and between these white lines. That's it. What the fuck? Was geht da ab? Hä? Warum können die kein Auto fahren? Was hat der f... Die eine Sp... Haben sie das gesehen? Hä? Sie sind einfach geflogen, was war der f... Oh mein Gott, das ist echt ne... Ich bin einfach viel zu ungeduldig. Ich seh nur diesen Balken oben und ich krieg richtig Schiss. Es ist gar nicht auffällig, dass man so 100.000 Meter weiter hinten parkt. Es ist normal, keine Angst. Ich vertraue dir nicht. Ich seh nur den Balken. Oh, was ist passiert? Was soll ich machen, wenn dieser scheiß Hausmeister in mich reinzoomt? Was soll ich machen? Junge! Ich kann das eigentlich aufgeben, Alter. Unwitz. Junge! Nein, ich bin ein geduldiger Mensch. Ich bin nicht wunderschön. Ja, dieses Mal krieg ich es hin. Easy. Ist da ein fucking Bus in der Luft? Ja, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. Man, you wanna break into the FIB's West Coast Headquarters, you're gonna need more than a janitor's license plate number. Hey, ist ein Container? What the fuck? Ist etwas schwer, aber schaffst du auch trotzdem einen Fehler? Meinen Fehlern, ja, man. Ich kann es nicht verhindern, gell? Das fucking fliegende Container auf mich fallen oder so'n Scheißdreck. It's an Airbus. Oh mein Gott. Junge, das könnte so'n Witz von mir sein, ohne Witz. Ja, ich würde sagen, ihr müsst euch die Scheiße auch tausendmal reinziehen, ne? Nicht nur ich. Just saying. Ist okay? Okay. I guess. Wenn ihr geduldig seid, okay. Okay. Junge, diese Katze. Junge. Ich bin's nicht. Ich muss nichts steuern. Junge, wie lange ist diese scheiß Ampelrote sehr wie in Real Life? Ich bin's. Ich bin nicht da. Ich bin nicht existent. Nein, ich bin nicht existent. Gott, fuck you. No way. Go in and have a word. Harvey, Melina. Oh shit. Stupid face. Let's do it. What the fuck? What the fuck? Oh mein Gott, sag mich, was ich von vorne mache. Oh, danke, alter. Fuck you. Ihr Opfer. Ihr Opfer, ich hab noch den Saved gekriegt. Ich hab noch den Saved bekommen. Haha. Ihr dachtet ihr habt mich. Ihr dachtet ihr habt mich. Oh, ihr Loser. Das ist meine Mission. Was muss ich? Lester. Was muss ich machen? Muss ich ihm folgen? Kommt ihr einfach mal verpasst? Nochmal neu, bitte. Fuck you. Ich denke, ich gehe einfach rein. Ich folge ihm. Ich folge ihm. Ja, folge dem Hauswester in seine Wohnung. Okay, let's go. I guess. Also Leute, so kriegt ihr eine Freundin. Einfach verfolgen. Bis in die Wohnung. Okay. Ganz wichtig. Hoodie an. Kapuze auf. Schwarzer Hoodie am besten. Schwarz, schwarz, schwarz. Ich mein, dunkelblau geht auch noch. Und ähm. Ja, am besten einfach richtig all black. Wenn ihr ganz, ganz sicher gehen wollt, dann eine Sonnenbrille vielleicht. Oder so eine Maske. Und dann easy. Müsst ihr die easy eigentlich schon vorne finden. Also einfach bis zur Haustür. Und wenn ihr seht, die rennt. Feucht weg. Noch mehr rennen. Also wirklich rennen. Leute, sprintet. Ja, also Ausdauerträgen, den ich vergessen. Okay. Und. Ja, und dann Sturm klingeln, wenn sie nicht aufmacht. Vom Garten aus versuchen reinzukommen. Das ist auch richtig gut. Das kommt richtig gut an. Das kommt super gut an. Mit Messer in der Hand. Und ich meine. Ja. Aber mach es so, dass es richtig auffällig ist. Bitte. Schon so groß. Big ass Messer, you know. Oh, und deine ID. Pluriform, I mean. Ich würde sagen, nicht beim ersten Mal. Nicht beim ersten Mal. Beim zweiten Mal. Ja. Wir wollen ja jetzt nicht alles hier gleich zeigen, ne. Also, wir wollen uns ja auch ein bisschen Mysterios halten, ja. Oh Gott. Oh, ja. Oh. Oh! Junge, Maibe. Hast du dieses Audio gemacht? Oh Gott! Genau. Beim ersten Mal nicht übertreiben. Weil, ich meine, so, das ist ja nicht mal übertrieben, aber es ist halt, es ist perfekt, so wie ich es euch gesagt habe, es ist perfekt. Ja, also das, das hittet mich immer, wenn mir das passiert. Mein Herz macht dann doki doki und so'n Scheiß. Ich teile mal, danke. Ey, kein Ding. Wenn du noch mehr Tipps willst, ich bin da. Kein Problem. Oh. Ah, ja. Mein Tipp ist, mache ich das, was Katze machen gekriegt nach vorne. Oh. Wie kommst du darauf, dass du weißt, wie das funktioniert? Mit Frauen? Bist du eine Frau? Hast du eine Freundin? Ja. Okay, wie heißt sie? Sie heißt Klar. Was ist das für ein Name? Sag ich dir nicht, Junge, dass ich ein Interesse bin. Egal, Junge. Funktioniert, so habe ich Bella kennengelernt. Ja, ist so. Actually. Das Beste ist, wenn man noch so richtig dunkle Augenschatten hat. Das ist so hot. For real. So, dass man richtig müde aussieht. Ich finde das immer sehr anziehend. Das ist jetzt kein Kapper. Einfach tired aussehen. Und mich verfolgen. Bis in mein Haus. Was? Wie hast du denn deine Freundin gekriegt? Ich habe geschrieben, einer so... Willst du Freunde um diese... Junge. Das ist als ich, als ob Yavuz das geschrieben hätte. WTF? 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 Ey, ich kann die Story nicht genießen. Das ist ein Handy mit dem Stock am Reden. Leute, das ist... Stick-Story, oder was? WTF? 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 Junge. Sie ist okay, stark. WTF? Junge, wie? Ich habe nichts gemacht. Instant. Muss ich jetzt nochmal reden? Ich habe die... Oh mein Gott! Euer fucking Ernst! Als ob! Als ob! Als ob das da gespeichert hat! Karma? Ey, fuck you meurer, Alter. Ich entziehe dich deines Mods-Status. Als ob… ... Manns... ... ... ... Oh, okay! Hey! ... ... ... ... ... Oh! Hey! ... Oh, ich habe den. Ich bin so mad auf den. Wieso sieht er eigentlich überhaupt nicht so aus wie seine Eltern? Ich bin broke. Ich habe zero. Zero Money. Ich kann dir mein Auto klauen. Yes. What the fuck? Der wird einfach nur ein scheiß Auto haben von mir. Oh mein Gott. Was die ist? Nein, sie ist nicht. Sie ist bored. All these mesmerizing tantric sex she's been having with a much younger, better built, carin and compassionate man is great and all. What is she going to do for the other six hours of the day? What the fuck? I am just one miserable bastard. What the fuck? Okay, I'm getting my wife back, I guess. Let's go. Ich muss auch nur die Hose aus Team Easy. Easy. So läuft es. What the fuck habe ich Forster? What the fuck? Warum? Was habe ich gemacht? I did nothing. What the fuck? Ja, ich finde es auch nicht funny, actually. What the fuck is going on? Vier Sterne, Alter, what the fuck? Zieh den Holi an, das ist Chlorophon. Wie vorwitzig hat sich... Ja, man, easy. Ich zeige euch jetzt, wie man richtig in der Frau erklärt. Ich bin gut darin, Kappa. Irgendwas soll ich machen, Mann. Ich habe vier Sterne, Alter. Hier habe ich vier Sterne bekommen. Hatte ich... Ich meine, wenn es ein fucking Mod wäre, dann wäre es ja schon weg. Was soll ich machen? Ich bin broke. Ich habe meinen Sohn endlich wiedergefunden. Ich habe ihn wiedergefunden. Get rid of them, now! Ja, ich bin... Ich habe ihn wiedergefunden. Ich bin hier safe. Ich habe ihn wiedergefunden. Ich bin hier safe. Ich bin hier safe. Ich bin hier aufhören, bitte. Oh mein Gott, people. Please. I just wanna play this fucking game. Fuck my life. Ja, ich... Egal, ich mache schon überall angeschossen. Das kann es nicht sein. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin, Mann? Was soll ich machen, Leute? Ich gehe nach oben. Was? Ey, Respekt an das Timing. Respekt an das Timing. Respekt. Wirklich Respekt an das Timing. What the fuck? Oh mein Gott, I respect an das Timing. What the fuck? Actually funny. Oh, ja. Hier bin ich auf safe, safe. TikTok upload, ja, easy. Easy, ich brauche eh ganz viel Content. Ich habe so viele Videos, die ich noch schneiden muss. Das mache ich alles morgen. Aus meures Tipps. Ja, Mann. Geh nach oben, Musch. Junge. Es reicht jetzt. Vier Sterne ist gut. Es reicht jetzt. Es reicht. Es reicht jetzt. Junge. Wie lange dauert das? Oh mein Gott, du kleiner Motherfucker. Fucker, Junge. Wie soll ich hier rauskommen? Ich habe keine Stimme mehr. Mami. Junge, ich werde diese Scheiß-Sterne niemals loswerden. Oh mein Gott. Das jetzt kann nicht sein. Wo soll ich mich verstecken? Ich fahre in den Wald, I guess. Last Option. What the fuck? Ey, mein Auto ist schon langsam richtig am Arsch. Ich kann nicht mehr damit fahren. Junge, ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Oh mein Gott. Mama. Mama. I have no tire because of you. That's wrong. Okay. Okay, ich kann nicht mehr. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin, Mann? Ich kann nicht mehr mein Auto wechseln. Ja, scream, bitch. Scream. I'm stuck with this. What the fuck soll mir das bringen? I'm nearly dead. Ey, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ey, look at me. What the fuck? Help. Please. Someone. Nichts, der Suspekt. Ich versuche, hier zu fliehen. Junge. Can someone help me, please? I'm a little woman. I'm a little woman. Oh mein, nein, 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 ich akzeptiere das nicht. I don't accept it. Fuck you. Ich hasse euch. Junge, ich kann, ich mein, okay. Hey, komm ich jetzt in den Knast? What the fuck? Ich bin ja ultra easy. Fucking Plot-Armor. Fuck you all. Das ist der Yoga-Typ. Shush, woman. Hey, Amanda. Fabian. Michael? Hi, Mom. Hi, Jimmy. Das ist ein Bild von holistischem Wellbeing, ich glaube nicht. Hey. Vielleicht sind sie schon mal ein Jahr zwischen ihnen. Hey, das ist mein Sohn. Amanda, komm. Ich habe ein neues Uniklodon. Yoga-Typ, ich habe ein neues Uniklodon. Yoga-Typ, ich habe ein neues Uniklodon. Hey, buddy. Der Ekelhafte. Ich habe auch Yoga gemacht mit ihm. Actually. Da haben wir alle unseren Anus angespannt. Schuss, woman. Schuss, woman. Schuss, woman. Let's go. Kein Anus anspann mehr, I guess. Anus. Jesus. Go away. What the fuck is he doing? Jesus, go away. What he's trying to say, Mom, is that he's a pathetic, old, drunken mess, and he needs you. And you can do a lot better than a primadonna yodan instructor will in this. Jesus, go away. Shut up. I guess we could try. Well, I'm asking if you want to shot. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. Mit dem Auto! Jungen, wie der die ganze Zeit fahren will, der Arme, der ist voll ready. Der ist richtig schon ready. Nope, I'm not driving with you. Jungen, der Arme, Jesus, man. Wir sind voll ready. Laszlo? L-Z-L-O Oh mein Gott. Let me ask you, back there with your mom. That went okay, didn't it? Jungen, cringed wieder. Jungen, was ist hier so viel los? Was ist going on? Und lasse war sein Arme. Best Song. Boah, ich will auch mal wieder Tattoo machen, Mann. Vergessene Erinnerungen. Ja, Mann. Sollten sie vergessen bleiben. Hm? Warte, ich kenne den Typ irgendwann. Warte, ist es dieser komische Filmproduzent Typ? Der Ekelhafte, der versucht es immer noch. Krank. Nase? Augenwort Nase ist irgendwie sick. Der braucht mal Tipps von dir, I guess. Ich glaube, au. Oh mein Gott, ich will mehr machen. Please. Au. 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 I get i. Oh, oh, ja. Ja, ja, ich bin Tatoierer, I guess. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das könnte sowas von ich sein. Das wäre ich als fucking Tätowierer, Leute. Oh ja, Haar abschneiden, let's go. My ponytail? You're gonna live on fucking Piddle Sting, look, okay guys, that was a joke, you're gonna live on fucking Piddle Sting, look, sona, you're gonna put her on your show, and you're gonna make sure she looks good, what the fuck? You're gonna have a lot of juice in this town, but I mean, I'm not a miracle, just do it! Leute, please let me live. Nein, 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 stand, 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 one second, one second, one second, one second, one second, oh, boom, sorry Leute, ihr seid Loser. Ha, ihr müsst besser timen, ihr müsst besser timen, und ihr timet es einfach nicht richtig, ihr timet es einfach nicht richtig. Skill issue. Streamer one point, chat zero. Streamer one point, chat zero. Are you serious? Come on! Whoa! Not quite. The other NPCs, I guess, I'm wanting to listen. Okay. Not to be difficult, but your therapist hasn't exactly been transformational to your mental health. So I don't know why could be better positioned to help for dysfunctionals. Hey, this was your mother's idea. Well, I guess it beats yoga. Huh? Now he beats yoga. Oh my god. He beats yoga. Oh my god. Yeah, I'm sorry. I'm a bit drunk, I guess. Yeah, same. He's so up his own ass. You're a fucking contortionist. Whoopee. I contort my junk all day long and I don't act all superior about it. Just a little ashamed and... Oh my god. Over share. Hey, guy was talking smack to your mother. Well, I applaud you, Pop. Here, here. You're like, finally like, using your powers of selfishness and rage for like, good. Not an objective universal good, but like a subjective what's in our best interest. I'm better. What's in our best interest kinda good? Fuck yeah, awesome. Fuck yeah, awesome. Oh my god. What the fuck is going on with Tracy? Yeah, do it. Do it. Do it. Enough. Okay? I love that we're getting off. We have to hate myself and now they want to do something. Yeah, and they want to actually rob a liquor store. That might like kill the mood. Fucking therapy. Let's do that shit. Hey, how about you just let your mom and me talk, okay? We got some issues, we gotta iron out. Oh my god, is this not the beginning here? Just sit there and be quiet. That's cool with me. I got all the prescription I need, at least for the meantime. Michael, kids, let's go inside. How is she here so quickly here? I'm your man. I'm gonna rizz, rizz, rizz you up. Amanda. Hello. Good to see you again. Michael? How is this boy? Oh, it's the therapist, right. Not this great. Fantastic. Michael, but the image is sick. This is me being positive. Give it up, Michael. The sarcasm... This one of the reasons I moved out... It's beneath you. Oh, my god. Oh Gott. Warum der Flöhrhardt, man? What the fuck? Ey, Junge, das sieht nicht aus wie Bienen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist wie du es. Oh. Great. I think we made some real progress there. What? Oh, Michael. I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What, double? Squared. Of course. Take care now. Bullshit. Are you gonna come home with me, or what? Was war das für eine scheiß Therapie? I guess we'll give it a try. Hä? Alright then. Was hat denn hier ohne Ding geschafft? What the fuck? Yes. Oh, yeah, it's fine. Actual bullshit. You know, there was a moment there. I thought... What? I dunno, like maybe we still had a ways to go. You know, like... Bullshit? Maybe we need more time. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That was cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm fuzzy feeling. Probably just the meds you raided. Okay. Cathartic. Alright. I just don't want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? What's wrong with you? What the fuck? What the fuck? Junge, was... Fucking lucky. Oh my god, was I just lucky. Oh my god, I was so lucky. Because I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Kink, Jesus. Or my yoga teacher, or a test coach. Junge. Junge, 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 Junge. Gott, oh my god,апazin. Or Jimmy's third grade teacher... Or the trashrian teacher.... ... or the trash guy... ... I just thought I was dead. Or the guy that thinks he's Jesus on the beach on the beach. Junge. Jesus is everywhere! Help... Junge. I mean, how do you explain take our deaths, changing our names... All the lying to the FBI... ... that monster... ... wait um how long, man, I check this shitty streets. Hey, is he coming to the next therapy session? Blut auf meinem Scheiß Auto wegen Jesus. So demeaning, how you treat women. Alles klar. Hey, wann hatte ich denn Hookers? Wann? Das ist fucking Sims. Oh, mein Leck. Mein Leck! Oh. Junge. Als ob das was bringt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Parts, die ich euch online zeigen kann. Bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche.